Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz, Herr Bulle reißt die Straße auf. Es ist ein schöner sonniger Tag. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug zum Spielplatz. Sind alle zur Abfahrt bereit? Ja, Papa Wutz! Dann geht's los! Wir fahren auf den Spielplatz, wir fahren auf den Spielplatz. Peppa und Schorsch lieben es, auf den Spielplatz zu gehen. Oh, warum haben wir denn gestoppt? Da ist ein Verkehrsstau. Aber wie kommen wir denn jetzt zum Spielplatz? Keine Sorge, Schorsch, die Autos fahren gleich wieder weiter. Stopp! Herr Bulle hält den Verkehr an. Wo ist das Problem, Herr Bulle? Muuu, wir reißen jetzt die Straße auf. Das Wasser kommt ja aus dem Boden raus. Ja, um das zu reparieren, sind wir hier. Und dauert das denn lange? Es dauert genauso lang, wie es dauert. Bagger, Bagger! Schorsch liebt Bagger. Hier rüber, Herr Rüder! Okay, was? Herr Bulle ist der Boss. Herr Bulle, wo kommt das ganze Wasser eigentlich her? Das kommt aus einer kaputten Wasserleitung unter der Erde. Und wie reparieren Sie das? Wir reißen die Straße auf. Wow! Wir drehen das Wasser. Schorsch liebt Kräne. Wir holen das alte Rohr raus. Und setzen das neue Rohr ein. Danke, dass Sie uns alles erklärt haben, Herr Bulle. Muuu, kein Problem. Wiedersehen. Bis später. Oh weh. Schorsch möchte gar nicht von Herrn Bulles Baustelle wegfahren. Wir wollen doch zum Spielplatz, Schorsch. Du kannst ja im Sandkasten auch Bagger und Kran spielen. Außerdem sehen wir Herrn Bulle bestimmt noch mal auf dem Heimweg. Peppa und ihre Familie sind beim Spielplatz angekommen. Hallo zusammen. Hallo Peppa. Edmund Elefant und Linus Löffel spielen im Sandkasten. Brumm. 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 Kommt, ihr Spine im Sandkasten. Oh ja. Stopp. Wo ist das Problem? Wir reißen jetzt die Straße auf und ich bin der Boss. Oh. Brumm. Aber dauert das denn lange? Es dauert genauso lange, wie es dauert. Zuerst graben wir ein Loch. Brumm. Dann schütten wir es wieder zu. Brumm. Brumm. Und schon ist die Straße fertig. Hurra. Brumm. Peppa. Schorsch. Zeit nach Hause zu fahren. Oh weh. Schorsch möchte noch nicht nach Hause. Na komm schon, Schorsch. Auf dem Heimweg sehen wir noch mal, wie Herr Bulle die Straße aufreißt. Auf Wiedersehen zusammen. Wiedersehen, Peppa. Beppa und Schorsch freuen sich schon darauf, Herrn Bulle wiederzutreffen. Was ist dran? Brumm. Da wären wir. Oh. Herr Bulle ist nicht mehr da. Herr Bulle hat bestimmt schon Feierabend und ist zu Hause. Was ist dran? Brumm. Oh. Stopp. Oh. Ist das Wasserrohr schon wieder kaputt? Nein, Peppa. Diesmal sind es kaputte Elektrizitätsleitungen. Und wie reparieren Sie Elektrikitätszeitungen? Wir reißen die Straße auf. Hurra. Peppa und Schorsch lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt. Alle lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt. Mit Opa auf dem Spielplatz. Heute passt Opa Wutz auf Peppa und Schorsch auf. Also Opa, ich zeige dir jetzt alles, was man hier machen kann. Das ist die Rutsche. Hier kletterst du hoch und da rutschst du wieder runter. Und jeder wartet, bis er dran ist. Hoho. Ich weiß doch, was eine Rutsche ist, Peppa. Ich hatte früher auch mal eine, als ich ein kleines Schweinchen war. Hattet ihr damals auch Schaukeln in der uralten Zeit? Hoho. Wir hatten Schaukeln, Klettergerüste und Karussells. Oh. Aber am liebsten war mir die Rutsche. Genau so geht es mir auch. Hui. Alle warten, bis sie beim Rutschen drankommen. Hui. Böser Linus. Du musst doch warten, bis du dran bist. Für Linus' Löffel ist es schwer zu warten, bis er dran ist. Ohje. Es ist nicht immer leicht, klein zu sein. Stimmt's, Linus? Weil Linus noch so klein ist, sollte er nicht warten müssen. Ich würde die Regeln lieber nicht ändern, Opa Wutz. Unsinn. Die Kinder verstehen das, nicht wahr? Aber Opa, Schorsch ist doch auch klein und er muss trotzdem warten. Ja, Schorsch ist noch klein. Also dann muss er auch nicht warten. Oh weh, Linus und Schorsch rutschen die ganze Zeit. Opa, dann sind wir denn mit dem Rutschen dran. Keine Sorge, Peppa. Sie werden schon nicht so lange rutschen. Hach, mir ist so langweilig. Mir auch. Dann lass uns doch schaukeln. Pedro Pony sitzt auf der Schaukel. Pedro, kann ich jetzt mal schaukeln? Ich will nur ein ganz kleines bisschen noch. Aber du sitzt da doch schon seit Ewigkeiten drauf. Opa Wurz, kannst du mich ein bisschen anschubsen, bitte? Ich denke, jemand anderes ist jetzt mal dran mit Schaukeln, Pedro. Aber ich muss bald nach Hause gehen. Oh, verstehe. Das ist was anderes. Ich werde dich anschubsen. Aber Opa. Mir ist so langweilig. Mir auch. Mir auch. Kommt, wir fahren Karussell. Alle wollen Karussell fahren. Zu viele Kinder auf dem Karussell. Alle Mann runter. Aber Opa Wurz, ich war doch als erstes da. Aha. Dann kannst du also zurück aufs Karussell. Ich muss aber auch drauf. Oh, warum denn das, Luisa? Ähm, weil ich glaube, ich hab bald Geburtstag. Oh. Oh, okay. Und ich auch. Oh, in Ordnung. Sind alle Mann bereit? Ja. Stopp. Es sind ja gar keine Jungs auf dem Karussell. Ähm. Also, sind jetzt alle Mann bereit? Aber ich habe eine Brille. Kann ich bitte mitfahren? Die Kinder denken sich ihre eigenen Regeln aus. Ich muss auch mit, weil ich Möhren mag. Also gut, sind jetzt alle Mann bereit? Nein, ich muss auch noch mit. Ich kann nämlich sowas. Pff. Da kommt Mama Wurz. Na, wie geht es so, Opa Wurz? Äh, ich bin verwirrt. Diese Spielplatzregeln sind zu kompliziert. Es gibt nur eine Regel, Opa Wurz. Und die lautet, jeder wartet, bis er dran ist. Hui. Was? Sogar die ganz Kleinen? Sogar die ganz Kleinen. Und was ist mit den ganz Alten, wie Opa? Sogar die ganz Alten, wie Opa. Auf dem Spielplatz ist jeder mal dran. Hui. Ein Fisch namens Goldi. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Papa Wurz fährt mit dem Auto zur Arbeit. Zeit fürs Frühstück, Goldi. Mama Wurz füttert Goldi den Fisch. Mama, Goldi hat gar keinen Hunger. Oh, vielleicht fühlt sie sich nicht gut. Wir rufen besser Dr. Hamster an. Tierarztpraxis Dr. Hamster hier. Hallo Dr. Hamster. Unser Fisch Goldi frisst heute nicht. Und sie sieht traurig aus. Oh, sie kommen am besten gleich vorbei mit Goldi. Oh, Papa hat ja das Auto. Wie kommen wir jetzt zur Tierärztin? Wir nehmen den Bus. Oh, klasse. Das ist die Bushaltestelle. Auf dem Fahrplan steht, der nächste Bus kommt um 10 Uhr. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 10 Uhr. Hurra. Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Schweinchen. Und einmal Fisch, bitte. Der Fisch fährt umsonst. Festhalten. Festhalten. Herr Bulle wartet auf den Bus. Muuu. Einen Fahrschein zum Musikklagen, bitte. Guten Morgen, Herr Bulle. Wir fahren mit Goldi zur Tierärztin. Oh weh. Geht's uns heute nicht gut, Goldi? Sie kann nicht sprechen. Sie ist ein Fisch. Natürlich. Vielleicht mag sie ein bisschen Musik. Aus meiner Tuba. Die klingt aber komisch. Darum fahre ich auch zum Musikladen. Die reparieren sie. Oh. Frau Locke, Frau Mieze, Herr Zebra und Madame Gazelle steigen in den Bus. Allo, vier Fahrscheine zum Supermarkt, bitte. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen Goldi zur Tierärztin. Oh, geht's Goldi nicht gut? Sie mag sie. Die Räder vom Bus drehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder vom Bus drehen rundherum, Tag für Tag. Supermarkt. Wiedersehen. Musik laden. Wiedersehen. Endstation, Tierärztin. Die Tierärztin macht kranke Tiere wieder gesund. Oh, ist das der traurige kleine Fisch, der nicht frisst? Ja, sehen Sie mal. Goldi frisst das Futter. Oh, zu Hause hatte sie keinen Hunger. Vielleicht war es Goldi zu Hause zu langweilig. Ich glaube, die spannende Reise hat sie aufgemuntert. Ah. Du hast wirklich einen gesunden und glücklichen Fisch. Sie ist goldig. Herzlichen Dank, Dr. Hamster. Mama Wutz, Pepper und Schorsch fahren mit dem Bus nach Hause. Herr Bulle fährt auch nach Hause mit seiner reparierten Tuba. Sie ist so gut wie neu. Madame Gazelle und ihre Freunde fahren mit ihren Einkäufen nach Hause. Ich sehe, Goldi ist wieder ein glücklicher Fisch. Ja, die Busfahrt hat sie wieder gesund gemacht. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, rundherum, rundherum. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, Tag für Tag. Hallo, wo wart ihr denn? Wir waren mit Goldi bei der Tierärztin. Und jetzt geht's ihr besser. Oh je, Goldi hat Husten. Wir sollten mit Goldi morgen nochmal zur Tierärztin. Ich kann euch im Auto hinbringen. Nein, Papa, wir fahren lieber Bus. Das macht Spaß. Okay, wir nehmen den Bus. Alle lieben Busfahren. Besonders Goldi, der Fisch. Die Reise zum Mond. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Pepper spielt Titschball. Schorsch und Edmund Elefant spielen mit ihren Weltraumspielzeugen. Mond, Mond. Schorsch tut so, als ob der Titschball der Mond wäre. Ich hab gerade mit dem Ball gespielt. Au. Edmunds Spielzeug ist auf Peppas Kopf gelandet. Das ist lustig. Fliegt ihr zum Mond? Das ist doch nur langweiliger Weltraumkram für Babys, Papa. Das ist doch nicht echt. Aber der Weltraum ist echt, Peppa. Und es gibt Raketen, die fliegen zum Mond. Im Museum gibt es eine Ausstellung über den Mond. Sollen wir sie uns ansehen? Ja. Aber müssen wir dann wirklich zum Mond fliegen? Nein, Peppa, wir fliegen nicht wirklich zum Mond. Wir fahren zum Museum. Okay. Das ist das Museum. Hallo zusammen. Wollt ihr zur Mondausstellung? Ja, Frau Mümmel. Fünf Karten bitte. Ihr bitteschön. Genießt eure Reise zum Mond. Oh, wir fliegen ja tatsächlich zum Mond. Nein, Peppa, ihr tut nur so als ob. Hier entlang bitte für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt die Tour. Oh. Bereit machen zum Abflug. Wir tun nur so als ob, oder? Genau, Peppa, wir tun nur so. Fünf, vier, drei, zwei, eins, start. Wir leben auf einem Planeten. Weiß jemand, wie er heißt? Erde. Das stimmt. Ich bin ja auch Experte im Weltraum. Es gibt noch sieben andere Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Weiß jemand, wie sie heißen? Ähm. Der Merkur. Oh, sehr gut, Edmund. Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus. Edmund weiß alles über den Weltraum. Ich bin ein Schlauberger. Weiß denn jemand, woraus die Planeten bestehen? Die sind aus Pappkarton. Diese Modelle sind aus Pappkarton. Aber echte Planeten bestehen aus Stein und Eis und Gas. Aber der Mond ist natürlich aus Käse. Nein, der Mond ist auch aus Stein. Und das hier ist eine ernsthafte Tour. Also keine Witze. Da wären wir, auf dem Mond. Das ist aber nicht der echte Mond, oder doch? Nein. Wenn es der echte Mond wäre, könntet ihr über meinen Kopf springen. Oh. Weiß jemand, warum man auf dem Mond so hoch springen kann? Die Schwerkraft. Oh, ja, das stimmt, Edmund. Die Schwerkraft hält uns alle auf dem Boden. Auf dem Mond ist sie schwächer. Deshalb kann man höher springen. Wow. Wir tun hier so, als ob wir auf dem Mond springen. Mit Hilfe der Wissenschaft. Das klingt beeindruckend. Wie machen Sie das? Mit starken Gummibändern. Alle werden an Antischwerkraft Gummibänder geschnallt. Auf einem nicht echten Mond zu springen, macht Spaß. Sagt Mondkäse. Mondkäse. Und das ist das Ende der Tour. Bitte hier entlang. Gibt es Bäume auf dem Mond? Nein. Gibt es denn Autos auf dem Mond? Nein. Gibt es vielleicht Mondläden? Nein, das wäre doch Unsinn. Willkommen im Mondladen. Wir haben Mondkarten, Mondbücher. Wir haben sogar Bilder von Schweinchen auf dem Mond mit einem Elefanten. Guck mal, das sind wir, wie wir auf dem Mond springen. Wir haben auch Mondstangen. Da ist ein Bild vom Mond mittendrin. Oh. Oder wie wäre es mit echtem Mondkäse? Was kostet er denn, Frau Mümmel? Fünf Euro, bitte. Fünf Euro? Alles für einen guten Zweck. Jetzt mag ich den Mond. Er ist nämlich sehr interessant. Und sehr lecker. Zahlen. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Hallo, Kinder. Heute lernen wir gemeinsam alles über die Zahlen. Weiß jemand von euch, wofür Zahlen da sind? Sind Zahlen nicht zum Zählen da? Ja, Peppa. Wer von euch kann denn schon zählen? Ich. 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 Okay, Pedro. Ähm, eins, zwei, drei, vier. Pedro hat bis vier gezählt. Gut gemacht, Pedro. Kann jemand schon weiter zählen als bis vier? Ich, ich, ich. Luisa. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Luisa hat bis sieben gezählt. Ausgezeichnet, Luisa. Madame Gazelle? Ja, Molly? Meine Mama kann bis zehn zählen. Boah. Ja, nach sieben kommt acht, neun, zehn. Acht, neun, zehn. Sehr gut. Es ist Spielzeit. Luisa Löffel, Zoe Zebra, Luzi Locke und Peppa spielen Gansalchen springen. Ich mag Sand, ich mag Meer, ich sag, Luzi, komm zu mir her. Ich mag Ping, ich mag Pong, ich sag, Zoe, du auch jetzt komm. Ich weiß was, wir machen wer von uns am längsten springen kann. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zoe gewinnt. Hurra. Hurra, hurra. Pedro, möchtest du auch mit Seilchen springen? Nein, danke, Peppa. Ich mache Hula-Hup. Drulla-Rulla, Drulla-Rulla, Drulla-Rillerei. Hula-Hup, Hula-Hup. Eins, zwei, drei. Oh. Wie viele Runden kannst du, ohne zu stoppen? Eine Million und drei. Boah, das ist oft. Los, wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das waren acht. Ich bin gerade zu müde. Den Rest mache ich später. Kannst du Hula-Hup, Emily? Ich habe da so meine ganz eigene Art. Emily Elefant kann Hula-Hup mit ihrem Rüssel. Hurra. Das waren bestimmt schon 100. Hundert. Schorsch will gerne Boxspringen. Schorsch liebt Boxspringen. Also Boxspringen für alle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die Spielzeit ist vorbei. Madame Gazelle, wir können jetzt alle bis zehn zählen. Sehr, sehr gut. Aber dafür müssen wir alle spielen. Natürlich. Linus, Edmund, bitte holt das extra lange Springseil. Hallo. Ich möchte Peppa und Schorsch abholen. Papa, du bist zu früh. Oh. Nicht so schlimm. Sie können ja mitspielen. Oh, gerne. Seid ihr alle fertig? Fertig. Zählen bis zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, Sie sehen schlapp aus, Papa Wutz. Ich bin fit. Ich könnte bis 100 springen. Gute Idee, Papa Wutz. Bis 100. Lieber bis 20. Na gut, bis 20. Elf, zwölf. Auf der Kirmes. Heute sind Peppa und ihre Familie auf der Kirmes. Ich liebe die Kirmes. Rutsche. Schorsch möchte auf den Ringelkringel. Ja gut, dann bis später. Dann bis später. Hereinspaziert. Fangt das Entchen und gewinnt den Riesenteddy. Mama, können wir auch mal? Na gut. Zwei Euro bitte. Zwei Euro? Alles für einen guten Zweck. Hol den Riesenteddy, Mama. Ich versuch's, Peppa. Aber ich fürchte, das ist nicht so einfach. Das stimmt. Sie haben keine Chance. Was? Es ist unmöglich. Geldverschwendung, wenn Sie mich fragen. Das wollen wir doch mal sehen. Mama Wutz hat gewonnen. Hurra! Unglaublich. Hier ist ihr Riesenteddy. Hättest du nicht lieber einen kleinen Teddy, Peppa? Kommt nicht in die Tüte. Guck mal, Mama. Ein Riesenteddy. Er ist etwas groß. Ist er gar nicht. Schorsch und Papa Wutz stehen am Ringelkringel an. Hm. Der ist ja doch ziemlich hoch, Schorsch. Bist du sicher, dass du da rauf fällst? Zwei Euro bitte. Zwei Euro? Ist alles für einen guten Zweck. Oh weh. Es ist doch ein bisschen hoch für Schorsch. Keine Angst, Schorsch. Ich komm rauf zu dir. Das macht zwei Euro. Bitte. Oh. Schorsch hat keine Angst mehr vor der Höhe. Oh. Es ist schon ein bisschen hoch hier. Ich nehme lieber die Treppe. Die Treppe ist voller Kinder. Da geht's nach unten, Papa Wutz. Also gut. Oh. Oh. Hereinspaziert. Schießt auf die Scheibe und gewinnt einen Riesenteddy. Das schaffst du doch locker, Mama. Wir brauchen doch nicht noch so einen Riesenteddy, Pepper. Keine Sorge, sie gewinnen nicht. Frauen haben dabei keine Chance. Entschuldigung, was haben sie gesagt? Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Wie viel kostet ein Schuss? Zwei Euro. Mama Wutz hat gewonnen. Unglaublich. Hier ist ihr Riesenteddy. Hurra. Ich will auch so einen Teddy haben. Bitte, Mama. Der ist viel zu groß. Ist er gar nicht. Papa Wutz und Schorsch fahren mit dem Riesenrad. festhalten, bitte. Oh, das ist wirklich hoch. Puh, gut, dass es vorbei ist. Fünf Riesenradrunden für zwei Euro. Fünf Riesenradrunden? Oh, nein. Hereinspaziert. Tretet näher. Messt eure Kraft beim Hau den Lukas. Was muss man da tun? Also, sie hauen hier fest drauf mit dem Hammer. Klingelt die Glocke, dann gibt's einen Preis. Keine große Kunst, aber man braucht Kraft. Ich versuch's mal. Zwei Euro. Pech gehabt. Ho, ho. Ich bin stark. Jetzt hau ich mal. Alle Mann zurücktreten. Sei vorsichtig, Papa Wutz. Du bist nicht so fit. Ho, ho. Ja, Papa Wutz sieht ein bisschen rundlich aus. Was? Ich meine nur, Papa Wutz hat ein klitzekleines Bäuchlein. Geben Sie mir den Hammer. Donnerwetter. Sowas hab ich ja noch nie gesehen. Sie gewinnen alle unsere Riesenteddys. Hurra! Mama, können wir die Teddys meinen Freunden schenken? Eine gute Idee. Dankeschön, Peppa. Ach, wie nett. Vielen herzlichen Dank. Die Hühner von Oma Wutz Peppa und Schorsch übernachten heute bei Opa und Oma Wutz. Oma Wutz! Oh nee, los! Hallo, meine Herzchen. Wiedersehen. Bis später. Wiedersehen, Mama. Mama. Ich zeige euch mal, wo ihr heute Nacht schlaft. Das war das Zimmer von Mama Wutz, als sie ein kleines Schweinchen war. In der uralten Zeit. In diesem Bett hat eure Mama geschlafen. Oh, ein hüppiges Bett. Ihr seid genau wie eure Mama, als sie noch klein war. Ist Mama auch auf dem Bett gehüpft? Natürlich. Aber Mama sagt immer, dass wir nicht auf dem Bett hüpfen dürfen. Als sie ein kleines Schweinchen war, war sie genauso frech wie ihr. Ehrlich? Ja. So. Und jetzt gehen wir zu Opa Wutz in den Garten. Opa Wutz! Opa, los! Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Seht mal hier meine Möhren. Opa Wutz ist sehr stolz auf sein Gemüse. Oh! Und hier sind meine Erbsen. Ah! Aber am allerbesten ist mein saftiger Salat. Oh nein! Mein schöner Salat! Ich glaube, die Vögel haben ihn gefressen, Opa. Ja, Vögel. Und warum hat Herr Vogelscheuche sie nicht weggescheucht? Weil die Vögel, die meinen Salat gefressen haben, sehr töricht sind. Was ist los, Opa Wutz? Deine Freunde haben schon wieder meinen Salat gefressen. Welche Freunde? Tom, Fritz und Martin. Sie heißen doch ganz anders. Oma Wutz hat Hühner. Sagt Hallo zu Jessica, Sarah und Vanessa. Hallo! Und das ist Günter. Ist Günter ein Hühnerjunge? Ja, Peppa. Er ist ein Hahn. Er ist der Schlimmste. Kratzt mir meinen ganzen Salat weg. Günter tut keiner Fliege was zu leide. Er frisst die Fliegen sogar. Und er hat auch meinen Salat gefressen. Du frisst doch nicht etwa den Salat von Opa Wutz, oder? Nicht, wenn es so leckeren Mais zu fressen gibt. Kommt, hier geht's nach Hause. Peppa, Schorsch, möchtet ihr die Hühner mit Mais füttern? Ja, bitte, Oma. Hier, bitte, ihr Hühner. Fresst nur. Oh, ihr habt ja ein Spielhaus. Das ist ein Hühnerstall. Da legen die Hühner ihre Eier. Eier? Ich sehe aber gar keine Eier. Jetzt nicht. Aber bald gibt es wieder Eier. Oh. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch bei Oma und Opa. Haben die Hühner schon ihre Eier gelegt, Oma? Vielleicht morgen früh, Peppa. Woher wissen wir, wann morgen ist? Günter wird uns wecken. Und jetzt schlaft mal. Gute Nacht. Es ist morgen. Das ist Günter. Vielen Dank fürs Wecken, Günter. Guten Morgen, Jessica, Sarah und Vanessa. Habt ihr für uns Eier gelegt? Eins, zwei, drei, vier. Vier Eier, Oma. Dann haben wir Eier fürs Frühstück. Dankeschön, Jessica, Sarah und Vanessa. Gekochte Eier für alle. Hurra. Mh, sehr lecker. Oma, deine Hühner legen ja superleckere Eier. Ja, weil sie immer so leckeren Mais essen. Und auch meinen Salat. Der Talent-Tag Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, morgen ist unser Talent-Tag. Was ist ein Talent? Ein Talent ist etwas, was du gerne machst und was du gut kannst. Ich gucke gerne Fernsehen und das kann ich gut. Zeig doch etwas, was die anderen auch gerne sehen würden. Mein Talent ist Gitarre spielen. Cool. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Vergesst nicht, euch etwas auszudenken für den Talent-Tag morgen. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Ich kann auch nicht ins Bett gehen. Ich habe noch kein Talent, das ich morgen zeigen kann. Aber du hast viele Talente, Peppa. Ja, ich kann Seilspringen. Ich kann singen. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Ich kann tanzen. Ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Ich habe ja so viele Talente. Keine Sorge, du kannst dich morgen entscheiden. Na gut. Heute ist der Talent-Tag. Meine Talente sind Seilspringen, singen und tanzen. Ich habe gestern den ganzen Abend geübt. Also, ich habe gestern Abend Fernsehgucken geübt. Das ist kein Talent. Das hat Madame Gazelle gesagt. Was soll ich dann tun? Wer möchte uns zuerst sein Talent zeigen? Klausi Kleff? Ich kann Trommel spielen. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony, was ist dein Talent? Zaubertricks. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass und durchsichtig. Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Bitte schließt die Augen. Öffnet eure Augen. Das Wasser ist verschwunden. Danke schön. Emily Elefant. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja, aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Aber ich kann immer noch tanzen und singen. Mein Talent ist singen. Funkel, 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 kleiner Stern. Aber ich kann ja immer noch tanzen. Luzi Locke, was ist dein Talent? Tanzen. Nein, du kannst nicht tanzen. Oh weh. Tanzen war Peppas letztes Talent. Es ist wunderbar, dass jeder von euch heute ein anderes Talent vorgeführt hat. Also, wer ist noch übrig? Peppa. Ich wollte Seilspringen oder singen oder tanzen. Aber das war alles schon. Man kann viele Talente haben, Peppa. Auf jeden Fall nicht Fernsehen gucken. Überleg mal, was du wirklich gerne machst. Ich weiß es. Ich habe noch ein Talent, bei dem ich richtig gut bin. Mal sehen, welches Talent Peppa wohl meint. Mein besonderes Talent, das ich am besten kann, auf der ganzen weiten Welt, ist auf- und abzuspringen. In Matschepfützen. Peppa liebt es, in Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, in Matschepfützen zu springen. Die Zugfahrt. Peppa und ihre Freunde machen heute eine Zugfahrt. Herr Löffel ist am Schalter. Wie viele Fahrscheine? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Kinderfahrscheine und einen Lehrerfahrschein, bitte. Bitte, Kinder, die Fahrscheine nicht verlieren. Darf ich bitte die Fahrscheine sehen? Ähm, mein Fahrschein ist weg. Armer Pedro, du musst besser aufpassen. Da ist dein Fahrschein. Oh, verliere ihn aber nicht nochmal. Da kommt der Zug. Tuff, tuff. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alles einsteigen. Hurra! Tuff, 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 tuff. Tuff, 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 tuff. Hallo, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot. Ein Boot. Ein Signalpfosten. Und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Clef. Ahoi, au. Hallo, Opa Clef. Ist Opa Clef auf dem Arbeitsblatt? Aber Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine, bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich habe meinen Fahrschein wohl verloren. Oh, je, Bine. Da ist doch dein Fahrschein, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht nochmal verlierst, Pedro. Bergauf fährt der Zug langsam. Bergab fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schwer. Schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Maybe, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Tufli-Tap, Tufli-Tap, Tufli-Tap. Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Au, ja. Tufli-Tap, 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 der Zug fährt auf und ab. Keuch und schnauf, Keuch und schnauf, Tufli-Tufli-Tap. Tufli-Tap, 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 Tufli-Tap. Tufli-Tap, Tufli-Tap. Ein Signalpfosten. Der ist auch auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken den Signalpfosten auf ihrem Arbeitsblatt ab. Das Signal hat den Zug angehalten, damit jemand Wichtiges die Schienen überqueren kann. Es ist Frau Ente und ihre Freunde. Manno, wir hatten noch gar keinen Tunnel. Oh, es ist dunkel. Wir sind im Tunnel. Der Tunnel ist die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Hurra! Endstation! Alle Mann, bitte aussteigen. Aber Madame Gazelle, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Oh, Peppa, aber da sind wir doch schon. Der Zug ist einen großen Kreis gefahren. Fahrscheine, bitte. Pedro hat wieder seinen Fahrschein verloren. Pedro, kann ich bitte meine Mütze wiederhaben? Da ist Petros Fahrschein. Ja, da habe ich ihn hingetan. Das Hawai erklärt Nar. 健ter Arntgen! Euro 78� dominier. Das Jude2.